Brigitte Kepler ist eine deutsche Schauspielerin. Leben Kepler ist die Tochter des Schauspielers Ernst Kepler, der zunächst am Preußischen Staatstheater in Berlin engagiert war, nach der Machtergreifung Hitlers aber ins RMVP wechselte und kulturfunktionär in der Theaterabteilung wurde. Sie erlernte ihren Beruf an der Schauspielanstalt für Bühnennachwuchs von Lili Ackermann in Berlin. Gefördert wurde sie vom Reichsdramaturgen Rainer Schlösser. 1940 gab sie als Hermione in einer Inszenierung von Hans Jüngstsachl unter den Weibern am Theater Kiel ihr Bühnendebüt. Dort erhielt sie bis 1942 ebenfalls ihr erstes Engagement. Es folgten Bühnenstationen von 1942 bis 1944 am Deutschen Theater Lili, von 1945 bis 1949 am Deutschen Nationaltheater in Weimar, von 1949 bis 1955 am Deutschen Theater Berlin sowie am Stadttheater Basel. Bereits früh spielte sie im Fach der Charakterspielerin. Kepler verkörperte die Nathalie in Heinrich von Kleists Prinz von Homburg 1941 in Kiel, die Clara in Friedrich Hebbels Maria Magdalene 1945 in Weimar, die Titelrolle in Gerhard Hauptmanns Rose Bernd 1946 in Weimar, die Hanneschel in Hauptmanns Fuhrmann Henschel 1948 in Weimar, die Pauline Peiper Kaker in Hauptmannsratten 1948 in Weimar, Die Marie in Shakespeare's Was ihr wollt 1951 am DT Berlin und Die Hexe in Goethes Faust 1955 am DT Berlin. Daneben trat sie vereinzelt in Filmproduktionen auf, z.B. in Slotandudovs Drama Stärker als die Nacht. Für die DEFA wirkte sie auch als Synchronsprecherin bei verschiedenen Produktionen in Berlin mit Filmografie 1954, Stärker als die Nacht, Theater, 1950, Nikolai Gogol, der Revisor, Regie, Wolfgang Langhoff, 1951, Alfred Kantorowitsch, die Verbündeten, Regie, Wolfgang Heinz, 1951, Juri Burjakowski, Julius Futschig, Regie, Wolfgang Langhoff.